Das was ich heute gehen möchte nennt sich Elbcliff Wanderweg und führt über 16 Kilometer von Horneburg über Dollarn Agathenburg bis Stade. Wie ich feststelle gibt es anscheinend keine Beschilderung jedenfalls nicht hier am Bahnhof in Horneburg und ich habe auch keine Karte und ich liege zwei Stunden hinter meinem Zeitplan und es regnet ja das sind doch die idealen Voraussetzungen um einfach mal los zu gehen ich weiß nicht wohin ich weiß nicht wo längs und ich weiß nicht wie weit ich gehen werde also bei Regen höchstwahrscheinlich keine 15 Kilometer oder 16. Ja man sollte sich vielleicht ein bisschen vorbereiten es ist auf jeden fall ich glaube knapp 10 Uhr Ortszeit in Horneburg und dann werde ich mal meinen Schirm aufspannen und mich möglichst schnell in den nächsten Wald begeben auf geht's mal sehen was passiert heute ich habe keine Ahnung ich habe einen Plan ich latsch jetzt einfach mal los das ist das wichtigste im Leben einfach losgehen